Weihnachten 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 Pobank Brasill Zigaret Vater eine Flasche Sekt doch in jedem Fall die Marke die mir selber schmeckt Weihnachten 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 steht vor der Tür, ist das nicht wunderbar? Heute ist ja Weihnachten, Weihnachten steht vor der Tür, ich kann dich jedes Jahr. Onkel und auch Tante kommen und dann wird Musik gemacht, einmal war sie fast genommen wegen der Weihnacht. Onkel singt auch schrecklich gerne, morgen kommt der Weihnachtsmann, und das hört sich wie das Klang in einer Türe an. Weihnachten, Weihnachten steht vor der Tür, ist das nicht wunderbar? Heute ist ja Weihnachten, Weihnachten steht vor der Tür, ich kann dich jedes Jahr. Erst wenn alle Kerzen leuchten, freut sich die Familie sehr, und wenn sie da dienen, dann kommt die Feuerwehr. Doch die Stimmung bleibt die Beste und das Fest verläuft normal, und so tun mit allen Gästen schon vom nächsten Mal. Weihnachten, Weihnachten steht vor der Tür, ist das nicht wunderbar? Heute ist ja Weihnachten, Weihnachten steht vor der Tür, ich kann dich jedes Jahr. Weihnachten steht vor der Tür, ist das nicht wunderbar? Heute ist ja Weihnachten, Weihnachten steht vor der Tür, ich kann dich jedes Jahr.